Lieber Davy, vielen Dank für dein Interesse an meinen Spielen. Ich möchte dich bitte bitten, mich nicht mehr anzusprechen. Er hat das nur für ihn gemacht. Weil er wusste, dass Davy als Spieleentwickler relativ leicht die Erwärtsel umgehen kann. Das ganze Level ist wie eine Art Schlüssel. Äh, Schloss. Entschuldigung. Zu dem, ähm, halt nur Leute wie Davy einen Zugang haben. Krass, ey. Dass er sich so ausdrücken kann. Ich kann das nicht, wenn ich ehrlich bin. Manchmal frage ich mich, ob du glaubst, ich mach diese Spiele für dich. Und die Leute, die sie spielen, sie machte mich wie ich war wichtig. Sie haben wirklich gehört und gebraucht, was ich zu sagen musste. Selbst wenn ich dein Werk zeigte, war es... Ich fühlte mich gut über mich. Endlich, für einen Moment, während ich das hatte, ich mich liebte. Du bist mir dermaßen auf die Pelle gerückt, dass es durchaus möglich ist, dass ich irgendwann Lösungen in meiner Arbeit versteckt habe. Irgendwo zwischen den Spielen. Gäbe es eine Antwort, einen Sinn, würde dich das dann glücklicher machen? Würdest du aufhören, meine Spiele gegen meinen Willen anderen zu zeigen? Ihnen etwas zu geben, was du ihnen gar nicht geben solltest? Die eine Grenze zu überschreiten, die mich in Sicherheit hält? Könntest du bitte aufhören, meine Spiele zu ändern? Hör auf, irgendwelche Straßenlampen reinzusetzen. Was? Lass sie einfach so, wie sie sind. Und dann hast du begonnen. Und ich hatte nichts mehr, um den Menschen zu zeigen. Ich musste nur mit mir sein. Und als das, als das passiert, gab es keine Gefühl. Nichts. Nichts als nichts. Was bedeutet das? Wenn ich in deiner Nähe bin, fühle ich mir sowas von schlecht. Du verlangst etwas, was ich dir nicht geben kann. Ich habe es einfach nicht. Es deprimiert mich nicht, wenn ich mal keine neuen Ideen habe. Diese Tiefs gehören einfach dazu. Ähm, um einen kleinen Zwischengedanken festzuhalten. Ich glaube langsam, ich weiß, vielleicht bin ich auch spät dran, aber, dass dieser Coda nicht existiert. Oder beziehungsweise, dass Davy dieser Coda ist. Und das nicht von irgendeinem Jungen eine Art Phase ist, um sich zu heilen, psychisch, sondern seine eigene. Aber ich will jetzt nicht nicht mehr erzählen, dass es ein bisschen stört mir die Stimmung. Tut mir leid. Die Tatsache, dass du mich für frustriert oder gebrochen hältst, sagt mehr über dich aus, als über mich aus. Ich weiß, du verstehst das alles noch nicht. Das ist in Ordnung. Nicht mein Problem. Aber ich hoffe, dass es irgendwann einen Klick macht und du diesen ewigen Kampf endlich beendest. Ich bin Angst, dass ich etwas wirklich stört habe, weil ich mich nicht mag. Dann wirst du auch verstehen, was ich meine. Sag nichts. Das ist und ich weiß, dass ich es dass ich es sagen kann, dass ich es sei. Ich weiß, dass ich es verletzt. Wenn ich teinigst, dass ich wirklich und teinigst, will ich Will you start making games again? Please. I need to feel okay with myself again, and I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again. Like, I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing, and you put into your work. You were complete in some way that I never was. I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Epilogue. What was that was that was that was that was that was the same thing happened? Jetzt hat er selber nur so mehr, 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 mehr mehr Liebe, mehr Freude mehr Menschen, die mir sagen, dass ich gut bin immer mehr, mehr, mehr Es ist wie eine Krankheit Er will mehr Anerkennung Die kriegt er nur durch die Arbeit von diesem Coder Weil er selbst dazu nicht in der Lage ist Keine Zeiger und keine Ruhe Solution 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 Ich glaube, wenn jemand mir gesagt hat, dass er wirklich lief zu machen, vielleicht hätte ich nicht so schwer Ich hätte nicht so viele Leute gesagt, dass er depressed ist Vielleicht hat er einfach nur lief zu machen Even now, the disease is telling me to stop, don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. What now? I think I need to go. And I'm sorry because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for and so I'm just gonna... Okay. Let's go. Let's pass here, Rory. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020